Gibt's im Chinesischen auch zwei Future? Also ein Futur... Wir haben im Deutschen Fang zur Sicherheit... Weil eine Zukunft eventuell nicht beschissen genug ist, haben wir noch eine zweite Zukunft noch hinzugenommen. Einfach mal so, aus Sicherheitsgründen. Futur 1 und Futur 2. Futur 2, die als vollendet sich vorgestellte Zukunft. Gibt's jemand hier, der gerade einen Futur 2-Satz uns raushaut? Kennt ihr noch dieses Gefühl, drangenommen zu werden, obwohl man sich nicht gemeldet hat? Das ist Wahnsinn. Julius, du meldest dich! Futur 2, hau's raus! Das ist sehr schön. Das ist grammatikalisch und inhaltlich richtig, mein Lieber. Ein Applaus für Julius. Das ist ja Wahnsinn. Futur 2. Hammer.